ja hallo youtube heute mal wieder in der motorwelt region stuttgart in dem fall in böblingen ich nehme euch heute mal wieder mit rein und werde euch mal wieder ein paar fahrzeuge zeigen aktuell gerade hatten wir ein aventador s der aus der werkstatt rausgefahren worden ist der sound ist schon das ist nicht mehr normal also da könnt ihr gespannt sein noch ein paar weitere tolle fahrzeuge für euch abgelichtet und gefilmt da dürft ihr gespannt sein jetzt würde ich sagen ich nehme euch mit rein und dann sehen wir uns gleich im video bis gleich ciao so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020